Sehr schön! Also einen sehe ich. Wo ist denn der andere? Da schüttelt der Kopf. Hallo! Es sind beide da. Die stehen übereinander. Siehst du es? Ja, ja, ja. Okay, ja. Ja, da stehen die Fricher auf dem Dach. Das ist natürlich auch viel. Das ist natürlich auch genial. Ich finde das schon wieder klasse. Runterspringen können sie nicht? Nein. Weil da ist die Mauer zu hoch. Außer sie greifen an. Also ist kein Suizid möglich. Die Tür ist zu. Das ist geil. Das Spiel macht Spaß. Wenn wir noch einen haben, dann bringen wir auch noch hoch. Dann bleibt einer hier unten auf der Straße und guckt sie an. Beschimpft und beleidigt sie durch. Und der andere, der geht noch hoch und sieht zu, ob er sie einsperrt. Die sind auf mich fixiert. Jawohl. Ich bleib jetzt auch mal ganz nah dran hier. Okay. Ich muss vorne rein. Ja, natürlich vorne rein. Ach, da rum. Darum läufst du. Wo ist er denn jetzt? Hallo? War doch doch da? Ja, hier hinter mir. Hinter dir. Jetzt habe ich ihn. Bleib da mal stehen. Bleib da mal stehen. Ich gehe hoch. Ich nehme ihn mit. Die sind ja auf dich fixiert. Die sehen dich ja, ne? Nee, die sind jetzt nicht bei mir. Warte, ich versuche es auch. Ja, ich weiß gar nicht was. Lauf mir alle drei hinterher. Ach, scheiße. Nochmal. Kommt mit. Kommt her. Mach mal die Türen wieder auf. Die ich ja alle zugemacht habe. So, ich habe sie jetzt alle drei eingesperrt oben. Sehr gut. Hastische Arbeit. So, da sind sie alle drei. Ich habe gestern die Türen überall zugesperrt, deswegen kam ich hinten ja nicht rein. Ja. Ja, aber das ist cool, ne? Das ist gut. Jetzt haben wir uns nur drei gehoben. Komm, stell dich mal ein bisschen auseinander. Muscheln. Ich habe noch einen. Das ist cool. Jetzt brauchen wir bloß noch die Binnfäden. Nee, ich habe keinen Hammer, sondern ein Zombie. Ach so. Au, jetzt hat er mir getroffen. Ich lenke sie dir ab. Soll ich dir an der Rückseite die... Ja, die ist schon offen. Okay. Ja, manchmal bleibt meine stehen irgendwie. Kommt her. Kommt. Alle drei. Hier sind nur noch zwei. Ich sehe hier nur noch zwei Zombies. Wo ist denn der dritte? Ah, die konzentrieren sich doch auf dich. Du bist näher dran. Naja, einmal rumlaufen. Sollte gehen. Ich laufe mal rum ums Gebäude. Ah, hier ist einer runtergefallen. Hier auf der Rückseite liegt einer. Ja. Ach, schade. Dann hat er vielleicht nicht angegriffen. Und das... Ja. Ach, Menno. Schade. Ach, enttäuschend. Ich bin von der Polizei. Okay. 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 Ich bin von der Polizei. Vielen Dank.